Okay, vielleicht kriegt man das sogar hin, ohne zu sterben jetzt. Okay. Beding! Dies ist Fisch gegen Drache. Okay, Angriff. Sobald seine Punkte leer sind, ja. Das werde ich jetzt tauschen, eben, dass er die Items macht so lange und das klingt der O-Kraft ab. Peppa-Bree! Das ist tatsächlich Puffer-Arten. Egal, ich muss es weiter ausgeben. Äh, Edmich ist da nicht mehr als ich eigentlich verlebt, solange es kein Critical Hit wird. Also, äh, kriege ich mal Treffer. Ich kann die draufs eh so mit dem Arten, okay. Äh, kann man Meute machen, vielleicht sogar in die Offensive gehen und jetzt bin ich bei 15 Minuten. Ich werde gucken. Werd ich doch mal überlegen. Falls ich jetzt schon im zweiten Video bin, was ich denke, will ich jetzt ein bisschen weitermachen. Dementsprechend einmal. Hallo und herzlich willkommen mitten im Kaufgegenwicht. Argomon. Ja, ähm, das kam jetzt ein bisschen spät, aber... Ja, komm, den krieg ich jetzt auch noch tot. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Bitch! Tot. Nein, auch nicht ganz. Wenn der jetzt trifft, was ich jetzt hoffe, dann ist der tot. Komm, komm, komm. Mann! Okay, er ist tot. Ich bin hier meine Bastel-Level gestiegen. Okay. Oh, das war jetzt ein langer, schwerer Kampf. Wah! Wie konnte ich mich verlieren? Ähm, nun, du hast, ähm, so, können wir dann? Äh, von nun an wirst du meine Digimon nicht länger Weakmon nennen. Äh, äh, ich hab gestanden, aber warte und, äh, warte und sehe, äh, warte ab. Ähm, ich komme, äh, wieder stärker, äh, also ich komme das nächste Mal wieder und bin stärker als zuvor und ich werde dich schlagen. Äh, sicher, ähm, du kannst es jederzeit mit mir aufhören, wenn du gesehen. Okay, aber vergess nicht, was ich dir gesagt habe. Bye, bye! Äh, ich frage mich, äh, warum er das getan hat. Oder so, ich glaube. Hatsula, Mann! Ähm, es sieht so aus, als hätten, äh, die Digimon, ähm, nicht als einen exzellenten Trainer angesehen, äh, gut gemacht. Ähm, blablabla. Äh, dann, äh, dann, äh, Ähm, sie meinen, ja, ich denke, du hast es verdient. Äh, du wirst nun, äh, du bist nun ein Bronze-Thema. Tadaa! Congratulations, Bronze! Okay, danke. Wow, äh, danke, Azul, Mann. Äh, aber, äh, der Weg zum Thema King ist lang, ähm, ähm, blüpp. Äh, achte auf dich und werde stark, blablabla. Und nun bitte den nächsten Observer treffen. Ja, er halte, dann kann ich nun seine, äh, empfehle und ich werde im Raum bleiben und dich beobachten. Verstanden. Ja. Das ist noch mal unten rechts. Ich frage mich, welche Art und Digimon der nächste Observer ist, äh, ich bin nur aufgeregt. E-Bo-Wormon. Boah, was ist das, Junge-Gimon? Ist ein großer Baum auf, äh, einer, einer Schildgrüppe des Beiköpfen, ja? Ja, 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 ja. Äh, hab ich dir, äh, hab ich dir ein wenig Angst gemacht? Ich bin einer, ich bin der Observer der Bronze-Thema. E-Bo-E-Mon-Hurmon. Äh, du musst, äh, der neue Bronze-Thema sein. An, korrekt? Ja, ja, äh, als erstes, ähm, als, als Geburtstag, als Geschenk dafür, dass du, äh, Bronze-Thema-Modus, eine neue Digi-Farm. Yee, äh, danke, yee, hee, äh, aber von, ähm, Arten, wo wirst du in der Lage sein, verschiedene Arten von Digi-Farms, mit verschiedenen Digi-Farms, äh, ja, verschiedene Digi-Farms zu haben, welche hättest du gerne? Äh, äh, ich mach' erstmal die Biest-Farm. Ja, möcht' ich. Ja, möcht' ich. Äh, gut, dann werde ich die Digi-Farm, äh, die du ausgewählt hast, äh, dir schicken, äh, mal sehen, äh, sieht zu, dass du später nachguckst, ja, natürlich, danke. Ähm, und an diesem Punkt kann ich dir, äh, vier Digi-Farms geben, ähm, äh, du kannst dir von nun an einen Farm-Shop kaufen, aber, äh, die Digi-Farm wird, äh, versuche, so viele Digimon zu trainieren, wie du kannst, ja, ich hab' verstanden. Äh, komm mit zum Hauptthema. Äh, seit du ein Worms-Thema bist, äh, werden wir den Digimon, äh, stärker sein und werden auf dich hören, blablabla, du hast einen neuen Orden oder sowas. Äh, es ist, äh, sieht zu, dass du ein großer Thema wirst, blablabla, äh, du wirst, äh, musst du höher, größer werden, äh, du sagst, wie du dich noch brauchst, äh, um ein Silver-Thema zu werden. Ähm, achso, er sagt, er sagt, dass er es sagt, Entschuldigung. Ja, ja, äh, bitte. Keine Sorge, äh, es wird nicht schwer sein. Du musst, äh, nur eine Aufgabe erfüllen. Äh, was für eine Art Aufgabe? Ähm, nun, äh, momentan ist, äh, haben wir einen vermissen Jungen. Was? Vermisst? Ja, sein Name ist Finn. Er ist kein Thema, er ist Digimon-Beobachter, nein, Digimon-Kuh-Festor. Ja, ey, Professor Phil. Äh, und ein Exzellenter. Und, aber plötzlich, äh, konnten wir ihn nicht mehr lokalisieren, äh, deswegen brauchen wir dich, um ihn zu finden. Und, äh, ihn zurück in die Zentrale zu bringen. Sicher. Verstanden, ich werde nach ihm suchen. Ähm, ich wünsche dir Glück und eine sehr schöne Rückkehr. Ups, und vergiss, äh, nichts Wichtiges. Äh, du musst deine Digifahrt noch einen Namen geben. Ja, benennen wir sie ganz super-mega-kreativ-Biest-Fahrt. Okay, ja. Ich habe ein Demo-Fahrt-Report. Nein. Okay, jetzt gehen wir einmal zur Integrity-Fahrt. Yay, yay. Guck nach, ob wir irgendwelche Daten haben, die ich nochmal rumspüche. Ja, danach machen wir uns auf die Suche nach, hm, was dann furchtbar lustig wird dann. Okay, ab in die Digifahrt. Ähm, ich möchte gerne Digi-Convertik betreiben. Ich finde dieses Wort immer noch cool. Ähm, so rum. Poyomon, ich genau dich brauche ich. Ich hoffe, die müssen jetzt auch genauso, wie ich die brauche. Es geht nämlich um die Personality, also um den Charakter des Digimons. Soll ich später bestimmte Quests machen kann. Poyomon is born! Yay! Ja, ist okay. Ja, danke. Können! Okay, es ist nicht, der uns die Charaktereigenschaft nicht gesucht habe. Poyomon heißt Poyomon. Oh, äh, Poyomon, genau. Äh, nenne ich einfach mal... ... ... Egal, ich stapp dich jetzt mit J, weil J schöner aussieht. Ich werde eh nicht schon ganz viele später haben. Dann kommt jetzt noch ein Tocumon. Gucken auch, ob der... ... ... einen passenden Charakter für meine Welt hat. Für meine kleine Welt, ja. Ein Tocumon ist geboren worden! Geboren is converted. Wissi, wie süß! Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken. Tocumon hat Tocumon? Ja, Tocumon hat Tocumon. So, wir schmeißen uns beide. Beide schmeißen wir die Farm rein. Ähm, die G-Liste? Einfach mal... ...Change Localization, put in Farm, put in alle Farben, ja. Okay, äh, nun schmeißen wir noch Poyomon. Change Localization, put in Farm, put in alle Farben, ja. Okay. So, jetzt wollen wir mit den Digimon reden. So, muss ich sagen. Äh, meine Digimon-Fields jetzt ist Poyomon. Ich bin Tocumon. Na, Tocumon. Ich hoffe, die Digimon wird ein schöner Ort sein. Bitte vergisst mich nicht. Bla, bla. Und ist das so Poyomon? Meine Digimon-Fields jetzt ist, äh, Ach, ja, ich bin Tocumon. Na, Tocumon. Ähm, ich werde... Äh, ich bin auf einer Digimon-Farm. Ich bin da aufgedeckt. Bla, bla. Ja, so. Äh, Mensch, das ist mir jetzt mal wieder zu spät. Äh, siehe Poyomon ist neu auf der Farm. Und, äh, seine Spezies ist nicht, äh, die meine. Äh, ja, bla, bla, aber, äh, er steht nicht im Bild. Bla, bla. Ach, komm. Äh, die Nummer, der Digimon, der ist jetzt gesammelt. Das ist drei, äh, so weiter, bla, bla. Ähm, okay. Gehen wir zurück. Das heißt, ich muss gleich, äh, ein paar Digi-Codes sammeln. So, jetzt zeige ich eben, was ich meinte. Ich werde eh gleich beendet. Nein, ähm, zwar Quest. Ähm, so, hier steht's. Tuf oder mehr Digimon und Mogomon-Musik. Dann kriege ich eine Quest. Agumon auf der Farm, Mogomon-Musik. Wmon in der Farm. Wmon kriege ich nicht in die Farm. Das ist das Tollste überhaupt bis jetzt. Betamon, äh, Gilmon. Quest 1 heißt, ja, hehehe, loll. Quest 6, äh, haben die Digimon. Äh, Potsch. Was ist denn? Potti. Ähm, Ampelomon. Ähm, hier steht auch immer den Rang, den man dafür braucht. Das ist um dir. Das ist schon ein Potti-Panamon. Okay, also, wir sehen eben nach. Wir brauchen fünf oder mehr Digimon. Das heißt, wir brauchen nur eins. Agumon kriegen wir noch nicht. Wilmon kriegen wir nicht. Betamon kann ich besorgen. Wilmon kriege ich ihn später. Ja, und für eins brauchen wir fünf oder mehr. Okay, das heißt, wir werden uns jetzt auf den Weg... Also, ich mach mich jetzt eben auf den Weg. Ich trainiere kurz einen Moment. Bin dann gleich... So, da bin ich wieder in der Digi-Farm. Wo hast du die Quest? Okay, du, äh, wüsstest du, dass es ein, äh, ganz, äh, bekannten Thema Toma, äh, hier in der, äh, Zentrale ist? Ähm, nun, ich bin großer Fan von ihm. Äh, wirst du mir bitte ein Autogramm geben? Natürlich. So, das ist einer dieser Quests, die ich, äh, meinte. So, äh, ja, vielen Dank. Äh, komm wieder, wenn du die, ähm, den hast. Okay. Okay, ja, also, ich werde gleich noch Detail machen, aber im Moment doch, vielleicht will ich mir irgendwas nachgucken. Und zwar ist es vielleicht auch nochmal sehenswürdig. Kuriumon. Jetzt geht gerade mal hier, da sieht man vielleicht eine Freundschaft, äh, so wie stark wir gefreundet sind. So, und zwar mit Level 9, mit dieses kleine Ding zu Oma-Mon. Und hier ist es Level 8. Das heißt bald, bald. Ich werde ja gleich mal kurz gucken, wo man sich digitiert, sich digitiert, genau, sich digitiert, so. Du digitierst, Sugabu. Eh, okay, da gucken wir uns unsere erste Digitation an. Ähm, ja. Ja, Sugabu-Mon. Los, Ed. Ed, digitier zu. Ed. Okay, Ed. Dun, 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 dun. Yay. Okay, du hast jetzt einfach mal, einfach mal, weil du schon digitiert bist, nenne ich dich jetzt. Eddi. Eddi! Nein, hier, ich, Eddi. Nein, das ist Armin Digi, man kann doch keinen Digi und Eddi nennen. Okay. Wir sind gute Freunde, nicht wahr? Eddi! Ich hoffe, ich bringe meine Freunde mich jetzt noch mehr rum. Okay, dann zeige ich euch jetzt eben noch Thomas. Thomas! Thomas! Yay, Eddersquad! Seymus! Ich frage mich, was passiert ist, was mit ihm passiert ist. Ich hoffe nichts. Äh, Entschuldigung, aber bist du Thomas? Ja, ähm, der bin ich. Wie kann ich dir helfen? Äh, nun, mein Digimon ist ein Fan von dir und, äh, falls du nichts dagegen hast, würdest du mir ein Autogramm geben? Äh, Entschuldigung, aber ich habe keine Zeit dafür, äh, momentan. Mein Partner Gaumon, äh, ist in den Dataforbus gegangen und, äh, äh, für einen Ausflug und er kam nicht zurück. Ich würde ja gehen, aber ich habe Angst, dass wir aneinander vorbeigehen. Äh, dann lass mich, äh, dich für ihn suchen gehen. Wirklich? Das würdest du tun? Danke! Okay, äh, du kannst auch erzählen. Thomas! Yay! Hey, äh, jeder, der die, äh, Serie gesehen hat, weiß, wer Thomas ist. Und ich habe ein Gabum an der Maschine. Na gut, äh, wir bereiten uns darauf vor, zum Dataforbus zu gehen. Ja. Aber, upsala, Entschuldigung. Ähm, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.